Der Innenraum Luftfilter befindet sich auf der Beifahrerseite. Die Abdeckung kann man vorsichtig abziehen. Dann die Luftfilter-Arrektierung nach rechts schieben und Luftfilter rausziehen. Beim Einsetzen darauf achten, dass die Schräge vom Luftfilter nach rechts oben zeigt. Luftfilter reinschieben und die Arrektierung einsetzen. Rasternasen in Entführung vom Filter setzen und reindrücken. Danach nach links zum Arrektieren schieben. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020